Also modernes Tauwerk, auch das wird am Ende vom Tag ja ein bisschen aufgeräumt und anders als das früher üblich war, dass man hier so komplett rum geht und dabei die Leine in der Hand dreht, will das moderne Tauwerk heute so aufgeschossen werden. Das heißt jeweils die beiden Seiten. Hier kommt noch mal eine Bucht, noch mal eine. Also ich gehe nicht komplett rum, sondern ich mache die halben hier. Voilà. Das ist auch das, was die modernen Tauwerkhersteller gerne sehen. So soll es am Ende aussehen und dann kann ich den Abschluss genauso machen wie sonst auch, dass ich das Ganze hier rumwickel, um das zu verstauen oder den Teil so wie er ist. Unten rein, wenn es ein Fall ist und dann habe ich keine Kinken drin und es funktioniert ganz gut.